Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen zum JFD Brokers MetaTrader 4 und 5 Video Tutorial. Mein Name ist Markus Klebe, ich bin Trader und Analyst für JFD Brokers und ich habe die große Ehre, dich heute durch dieses Tutorial führen zu dürfen. Heute mit dem Thema in diesem Video, erste Schritte im MetaTrader 5. Um den MetaTrader zu öffnen, das kennen wir ja schon, hier eben im Endeffekt auf das Icon doppelt klicken oder man legt sich das Icon unten hier in die Taskleiste rein. Ich habe hier unten den MetaTrader 4 noch drin liegen, also hier oben einfach auf dem Desktop auf das Icon klicken, MetaTrader 5. Dann öffnet sich natürlich hier der MetaTrader erstmal in den Grundeinstellungen, so kommt der MetaTrader daher, wenn man ihn hier das erste Mal installiert hat. Man sieht hier unten, dass im Endeffekt dieses Terminal offen ist, wo man zum Beispiel dann, wenn man denn handelt, hier offene Positionen sieht, wie man hier am Anfang sieht. Wir haben ja am Anfang 25.000 als virtuelles Kapital angegeben, das steht jetzt hier unten auch als Startkapital zur Verfügung, mit dem man sich jetzt hier quasi austoben kann mit dem MetaTrader 5. Man hat dann hier im Endeffekt Belastungen, wenn man gehandelt hat, wie das dann im Endeffekt auch in verschiedenen Währungen dann auf das eigene Konto eben hier umgerechnet wird. Und Konto History, hier stehen dann abgeschlossene Trades, die man eben absolviert hat. Man kann dann eben schauen, den Profit, den Loss, wo eben der Einstieg war, wo der Ausstieg war. Also das wird dann hier unten grundsätzlich erstmal zusammengeführt und man hat hier dann auch nochmal wichtig den Posteingang. Wir haben ja eingangs bei der Anmeldung angegeben, dass wir eben auch Nachrichten bekommen wollen. Und hier kommen dann eben von JFD Brokers entsprechend Nachrichten, wichtige Neuerungen, wichtige Hinweise zum Trading oder eben auch zum MetaTrader. Da immer mal reinschauen und wenn man hier sieht, wir haben sieben neue Nachrichten, dann haben wir hier eine Willkommensnachricht, Handelssignale, Kopieren des Handels und so weiter. Also hier kann man ruhig immer mal reinschauen, ob hier für den einen oder anderen eben wichtige, grundlegend wichtige Dinge dabei sind. Aber das klicken wir jetzt erstmal weg, weil für die Grundeinstellungen hier, für die ersten Schritte im MetaTrader ist das erstmal nicht sonderlich interessant. Auch den Navigator werden wir später mal besprechen. Der ist jetzt am Anfang auch nicht so interessant. Den kann man auch erstmal schließen. Dann haben wir hier links die Marktübersicht. Das sind im Prinzip verfügbare Märkte, die man hier grundsätzlich handeln kann. Das ist allerdings nur die vereinfachte Darstellung. Um hier alle Märkte, die man eben mit dem MetaTrader 5 und der Vorteil vom MetaTrader 5 oder einer der Vorteile des MetaTraders 5 ist ja zum Beispiel, dass man noch viel mehr Assets handeln kann bzw. bereitgestellt werden können als im MetaTrader 4. Um hier alle aktuell von JFD Brokers verfügbaren Märkte, Aktien, Rohstoffe und so weiter eben angezeigt zu bekommen, klickt man hier einfach mit der rechten Maustaste irgendwo in das Feld und geht hier unten auf alle Anzeigen. Und dann klickt man darauf und dann sieht man, dass sich hier dieses kleine Feld auf einmal oder dieser kleine Balken sehr sehr klein wird. Und wenn man jetzt den mal festhält und nach unten zieht, sieht man, dass hier zum einen jede Menge Aktien kommen, die man handeln kann und dann auch ziemlich weit unten eben noch diverse Märkte eben grundsätzlich kommen. Aktien, also hier rot hinterlegt, Moment, da sehen wir Bitcoin, andere Kryptowährungen, Gold und so weiter. Also man kann sich hier erstmal durchscrollen, schauen, was ist für den einen oder anderen interessant. Wir haben hier oben erstmal grundsätzlich natürlich Währungen. Wir haben den DAX, wir haben den Dow Jones, wir haben hier unten die Öle. Also man hat wirklich jede Menge Möglichkeiten hier, sich entsprechend dann eben die Märkte, die man handeln möchte, rauszusuchen. Um das dann zu tun, klickt man einfach hier rechts wieder die rechte Maustaste auf den entsprechenden Markt. Wir wollen hier mal den Euro-US-Dollar öffnen, einen neuen Chart des Euro-US-Dollars. Dann geht man einfach hier rechte Maustaste auf Euro-US-Dollar und geht hier auf neues Chartfenster. Klickt da einfach drauf und dann kommt hier zum Euro-US-Dollar ein neues Chartfenster, was jetzt hier allerdings so ein bisschen klein noch dargestellt ist. Wir hatten vorher auch schon mal den Euro-US-Dollar offen, sehen somit hier unten in dieser kleinen Taskleiste hier unten rechts nochmals den Euro-US-Dollar, der vorher schon mal hier drin war. Denn hier unten stehen im Prinzip hintereinander aufgereiht alle Märkte, die offen sind. Und wir sehen aktuell, dass hier sechs Märkte offen waren. Das ist jetzt ein siebter Markt und zwar nochmals der Euro-US-Dollar hinzugekommen ist. Und wenn man dann entsprechend hier unten auf den entsprechenden Markt klickt, wird dann hier oben entsprechend auch der jeweilige Markt angezeigt. Und meistens hat man ja, wenn man hier unten da raufklickt, auf die Märkte eben die Märkte offen. Und zwar so offen, dass eben das ganze Chartbild dargestellt wird. Und wenn man dann eben von Markt zu Markt klicken möchte, wenn man von Markt zu Markt springen möchte, kann man hier unten natürlich dann entsprechend das auch so tun. Und ihr seht schon in der Chartdarstellung, dass hier verschiedene Einstellungen eingestellt sind, mal mit Indikatoren, mal mit ein paar Pfeilen im Chart. Also man kann sich natürlich hier gerade, was Indikatoren betrifft, auch im Metatrader 5, ähnlich wie im Metatrader 4, schon austoben. Da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, die man einstellen kann. Wir wollen jetzt hier aber mal den letzt geöffneten, also diesen Euro-US-Dollar-Chart, den ich hier eben geöffnet habe, einfach mal nehmen. Wir wollen hier diesen Markt etwas bearbeiten, um eben die Grundeinstellungen gegebenenfalls zu verändern. Wem natürlich die Farbdarstellung so gefällt, der kann das so lassen. Ich persönlich bevorzuge ja etwas andere Farbdarstellungen und ich möchte jetzt mal kurz zeigen, wie man das grundsätzlich verändern kann. Man geht hier wieder mit der rechten Maustaste einfach in den Chart, weil diesen möchte ich ja bearbeiten. Klickt die rechte Maustaste, geht ganz unten auf Eigenschaften. Und jetzt kommt hier im Endeffekt ein Fenster, wo ich eben diverse Einstellungen zum Chart machen kann. Und hier erstmal am Anfang einfach auf Farben klicken und dann sieht man, dass hier grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten hinterlegt sind, die jetzt hier rechts dann auch oder unten auch zu sehen sind, wie dann eben der Chart dargestellt wird. Wir haben den Hintergrund, der ist hier schwarz dargestellt. Wir haben den Vordergrund, das sind dann im Endeffekt die Zahlen und die Striche hier. Hier, das ist in hellgrau. Wir haben das Gitter, das ist aktuell noch nicht angezeigt, aber das ist hier in weiß hinterlegt, beziehungsweise kann man hier dann eben zum Beispiel blau wählen. Ja, und dann geht man hier auf Zeigen, geht hier rauf, Gitter anzeigen. Ja, zack und dann sieht man, dass hier dann ein blaues Gitter hinterlegt ist. Wenn ich das jetzt wieder ändere, Gitter zum Beispiel auf ein ganz helles Grau. Ja, und dann hier eben sehe ich links, dass dieses Gitter jetzt als grau hinterlegt ist. Und so kann man sich natürlich den Chart hier entsprechend anpassen, wie man das möchte. Wir können hier zum Beispiel dann eben auch dem Hintergrund einen Weißton geben. Dann sehe ich hier links die Vorschau, wie der Hintergrund im Prinzip weiß wird. Wir können die Kerzen hoch hier zum Beispiel in grün machen. Wir können die Kerzen runter grundsätzlich in rot darstellen. Und dann sehen wir hier links immer, wie sich das im Endeffekt verändert. Wir haben jetzt hier die Dochte noch in blau, also kann man jetzt hier im Endeffekt dann eben das zum Beispiel noch ebenfalls auf grün ändern und dann eben Balken runter. Das sind eben die Dochte dann, die entsprechend nach unten gehen auf rot. Und jetzt sieht man hier jeweils, wie sich das Chartbild ändert. Wir haben jetzt zum Beispiel den Hintergrund noch in weiß. Weiß auf weiß ist ja nicht so schön. Kann man hier zum Beispiel auch ein blau wählen für den Hintergrund. Oder man wählt eben für den Hintergrund weiß und nimmt eben für den Vordergrund, was die Zahlen betrifft, dann im Endeffekt hier ein blau. Und so kann man sich den Chart einstellen, wie man es dann möchte. Und wenn ich hier unten dann auf bestätigen gehe, ändert sich im Endeffekt auch der Chart-Hintergrund. Ich kann da wie gesagt Farben einstellen, wie ich möchte. Wie das fürs eigene Auge im Endeffekt am besten ist. Man kann natürlich auch die grundsätzlichen Grundeinstellungen hier lassen. Als nächstes ist es eben wichtig, wir haben jetzt hier unten zum Beispiel als Indikator die Stochastik drin, um diesen rauszubekommen, um vielleicht eben einen anderen Indikator einzustellen, geht man hier oben erstmal auf Chart-Funktionen, auf Indikatoren. Und dann kommt hier so ein kleines Fenster. Da sehen wir, dass zum einen zwei Moving Averages hier eingestellt sind, die eben im Chart drin sind. Und als zweiter Punkt hier unten dieser Oszillator, dieser Stochastik-Oszillator, um diesen rauszubekommen, klickt man einfach hier drauf, dass das blau hinterlegt ist, geht hier rechts auf Löschen. Dann ist dieser Stochastik-Indikator hier drauf. Die Moving Averages können wir erstmal drin lassen. Um jetzt einen neuen Indikator hinzuzufügen, geht man hier oben einfach auf Einfügen, Indikatoren. Und dann kommt hier eine ganze Liste an Indikatoren, die ich wählen kann. Zum einen hier oben erstmal fünf als Standardauswahl. Dann hat man hier Tendenzindikatoren, Oszillatoren, Volumenindikatoren und so weiter. Benutzerdefinierte Indikatoren. Da können wir zum Beispiel mal den CCI wählen. Dann kommt hier immer nochmal so ein Fenster, wo ich für diesen Indikator dann die verschiedensten Parameter noch eventuell ändern kann. Ich lasse das alles mal in den Standardeinstellungen, klicke hier unten einfach auf OK. Und dann sehe ich, dass ich jetzt hier unten dann dieser CCI-Indikator somit im Chart zeige. Ich kann jetzt hier diesen Strich, wenn mir der Indikator hier unten noch ein wenig zu groß ist, diesen Strich hier einfach raufgehen. Und dann kann ich das hier nach unten schieben. Und dann ist im Endeffekt dieser Indikator etwas kleiner. Und das Chartbild, was ja eigentlich hier die Hauptinformation für mich liefert, ist jetzt hier im Endeffekt dann eben größer dargestellt. Und den Indikator habe ich jetzt hier kleiner gezogen. Also das jetzt erstmal zu den ersten Schritten, zu den Grundeinstellungen. Um jetzt hier zum Beispiel, wir sind jetzt aktuell in einem Ein-Minuten-Chart, um jetzt hier zum Beispiel die Zeitanheit zu ändern, haben wir die Möglichkeit hier. Hier, schaut mal, wir haben hier eine Minute, das ist das aktuelle Eingestellte. Wenn wir auf M5 klicken, wird der Chart automatisch zu einem 5-Minuten-Chart. Wenn wir auf M15 klicken, zu einem 15-Minuten-Chart. M30, 30 Minuten. H1, eine Stunde. H4, vier Stunden. D1, ein Tag. W1, eine Woche. Und MN ist dann der Monatschart. Also wenn ich jetzt hier auf H1 klicke, wird, und das ist auch sehr, sehr schön, da das sehr, sehr schnell geht. In manchen Softwarelösungen dauert die Änderung der Zeitanheit teilweise etwas länger. Am Metatrader geht das sehr, sehr schön. Also man kann ja auch schnell zwischen den Zeiteinheiten hin und her klicken. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, da ich ja jetzt hier den EURUS-Dollar im Ein-Stunden-Chart habe und hier vorne den EURUS-Dollar im Minuten-Chart, kann ich zum Beispiel hier jetzt einfach mit der linken Maustaste auf EURUS-Dollar klicken und jetzt dieses Feld einfach nach links ziehen, die Maus nach links bewegen. Kurz vor dem ersten EURUS-Dollar lasse die Maus wieder los. Und jetzt habe ich den EURUS-Dollar im Minuten-Chart. Als nächstes Feld den EURUS-Dollar im Stunden-Chart. Mit anderen Einstellungen. Man kann ja zum Beispiel sich im Stunden-Chart entsprechend hier zum Beispiel den CCI anzeigen lassen. Im Minuten-Chart möchte ich aber vielleicht andere Informationen in diesem Fall jetzt hier die Stochastik sehen. und man kann dann hier entsprechend sich die Märkte hier unten einstellen, wie man möchte. Wie gesagt, wenn wir jetzt hier zum Beispiel, was haben wir noch nicht, den, ähm, wir haben jetzt das alles, aber wir machen mal einen Gold, äh, einen Öl, äh, WTI Crude nehmen wir nochmal als Markt hinzu. Wieder rechte Maustaste, hier neues Chartfenster, dann kommt das WTI Crude hier wieder am Ende. Immer wenn man einen neuen Chart im Prinzip öffnet, kommt das immer rechts als letzter, als letzter Balken hier unten in dieser Taskleiste. Und wenn man dann irgendwann eine ganze Menge Märkte drin hat, dann hat man hier unten zwei Pfeile, um dann diese Taskleiste noch nach rechts und links bewegen zu können, um dann eben auch gegebenenfalls, wenn das hier unten ein paar Märkte mehr werden, diese dann natürlich auch weiterhin auszuwählen. Und jetzt hat man hier die Möglichkeit, wieder den Chart einzustellen. Oder als Variante, wenn man jetzt hier diese Chart-Einstellung als grundlegend für sich wichtig erachtet und für sich grundlegend auch als eine interessante Darstellungsweise des Chartes eben findet, dann kann man hier diese Möglichkeit, zum Beispiel der Chart-Einstellung mit dem CCI, mit dem Volumen, mit den zwei Moving Averages, mit Balken hoch und grün, Balken runter in rot als Vorlage hinterlegen. Einfach die rechte Maustaste klicken, hier auf Vorlagen gehen, Vorlage speichern. Und dann geht man hier, gibt man diesem Kind einfach einen Namen. Ich gebe dem Kind jetzt hier mal den Namen Test. Und jetzt speichere ich das im Prinzip als Vorlage. Und wenn ich dann einen neuen Markt geöffnet habe, wie eben gerade das WTI Crude, klicke ich die rechte Maustaste, gehe hier auf Vorlage, gehe auf Vorlage laden, ja, und suche mir dann hier Test heraus. Das ist das, wie wir eben die Vorlage für den EURUS-Dollar gespeichert haben. Klicke hier auf Test, gehe auf Öffnen. Und zwub, hat man im Prinzip die Einstellungen, die man eben als Vorlage gespeichert hat, ruckzuck hier in dem neuen Chart. Und so kann man sich erst mal hier durchtesten. In weiteren Videos werden wir dann natürlich auch hier oben auf weitere Dinge eingehen, wie man sich zum Beispiel, man hat hier noch die Möglichkeit, in einen Linien-Chart zu wechseln oder in einen Balken-Chart zu wechseln. Ich denke, die meisten werden hier es als angenehme achten. Und meiner Meinung nach ist es auch die Chart-Darstellung, die nicht nur am verbreitesten ist, sondern die auch erst mal grundlegend visuell, die am schnellsten, die charttechnisch wichtigen Punkte, hoch, tief, Schluss und der Öffnungskurs, einer Kerze, einer Zeitperiode im Prinzip darstellen. Natürlich auch mit den veränderten Farben. Also hier hat man die Möglichkeit, dann eben nochmal zwischen Balken, Candlestick und Linien-Chart im Prinzip zu wechseln. Man hat hier noch eine Zoom-Funktion. Wenn ich hier auf Minus klicke, wird im Prinzip das Chart-Bild immer kleiner. Wenn ich auf Plus drücke, zoomt im Prinzip das Chart-Bild ran. Das ist auch nochmal wichtig zu beachten, hier im Endeffekt das dann im Endeffekt so zu haben. Gut, das soll es an dieser Stelle jetzt erstmal gewesen sein. In weiteren Videos werden wir weitere Punkte hier für den Metatrader 5 besprechen. Ich freue mich drauf. Bis dahin, euer Markus Klebe. Bye, bye und ciao.